Kostenersparnis wird es natürlich geben, aber die Opportunität von AI ist mehr Produktivität, mehr Umsatz, mehr Top-Line-Wachstum. Wir machen so ein bisschen den gleichen Fehler wie beim Internet damals, dass Konzerne gesagt haben, wenn wir eine Webseite haben, dann sind wir jetzt digital. Und das ist es nicht, sondern die Kultur muss sich im Unternehmen ändern, so wie sich, also auch ein Unternehmen nur digital ist, wenn jeder digital arbeitet im Unternehmen. Und im Unternehmen muss jeder mit AI arbeiten, also ansonsten verliert man den Anschluss.